Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei SkyBlog. Ich habe ordentlich Steine gemacht, oben den Gemüsegarten ein bisschen, ja, nee, nicht erweitert, sondern mal nachgepflanzt, ein bisschen was weggenommen und so. Ähm, ja, das Haus. Ich habe oft das Haus, aber sowas wie gar keine Lust irgendwie gerade. Wir müssen auf jeden Fall jetzt regelmäßig dahinten zu dem Monster-Turm, damit wir die ganze Wolle noch zusammenkriegen. Also ich habe mir fest vorgenommen, wenigstens, ja, zu Anfang jeder Folge jetzt dahin zu gehen und eventuell am Ende nochmal. Eigentlich müssten wir noch öfter gehen. Wir brauchen, boah, wir brauchen so viel Wolle. Oh, wartet mal, ich muss das mal... Ah, ist ja viel zu laut hier. Muss ich mal leiser machen. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, fliegen mir ja die Ohren hier weg. Ähm, oh. Ich habe kein Schwert mehr. Hatte ich hier noch ein Schwert? Hatte ich da noch ein Schwert? Nein, ich habe kein Schwert mehr. Naja, super, das ist so ein Thema. Äh, ich bin wieder so wahnsinnig gut vorbereitet. Da liegt schon wieder ein Kaktus hier rum. Ach, das ist doch doof. Habe ich denn Sticks? Habe ich auch nicht, ne? Oh, ich bin... Ich bin wieder so gut ausgerüstet. Ach, ja. So. Naja, wie immer eigentlich, ne? Na, 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 na. Habe ich denn jetzt hier, äh, Schwert da drin gehabt? Äh, nein, hier sowieso nicht. Wenn dann hier, äh, Schwerte zu mir. Äh, noch mal nach da hinten. Äh. Übrigens habe ich es schon erzählt, äh, wie viele Wollblöcke brauchten wir? Eine ganze Menge, ne? Aber wir brauchen noch mehr Wollblöcke. Denn wir sollen ja auch noch... Was war's? Bilder machen. Ja. Hahaha. Für Bilder brauchen wir ja auch Wolle. Alter, hier sind nur zwei Fäden. Das ist doch... Das ist echt zu wenig hier. Eigentlich kann ich hier permanent stehen. Ihr Lieben, ich habe die Befürchtung, Befürchtung an den Wollblöcken, werde ich mich hier noch aufhängen. Vor allen Dingen, wenn hier so wenige kommen. Aber dafür haben wir ohne Ende Creeper. Ich meine, hey, was will man mehr? So, gehen wir mal auf die andere Seite. Gucken, was hier so liegt. Auch keine Wollblöcke. Also Wollblöcke ja sowieso nicht, aber auch keine Fäden. Ach Gott, was ist das? Das ist ja ein Trauerspiel hier. Nee, nee, nicht näher rangehen. Nicht näher rangehen. Lass dich ja nicht verführen, hier näher ranzugehen. Dann macht's wieder bumm und ich reg mich nur wieder auf. Jetzt, wo es gerade so gut läuft hier. Hier ist voll die Hexenpest. Ihr dürft auch gerne mal echt ganze Wollblöcke droppen. Wollt ihr auch nicht, ne? Habt auch euren Stolz. Oh, er stirbt da am Kaktus. Toll. Ja nun, uah. Nun sterbt doch einfach da oben. Das ist die Hexe, ne? Oder was ist das hier? Ja. Ist er eine Hexe, glaube ich, gewesen. Toll. Drei Fäden, ey. Das ist ja echt. Das ist ja echt. Also, wenn nicht noch schlimmer, ne? Na gut. Dann eben nicht. Was haben wir denn jetzt hier alles? Ja, aber ein Haufen Knochen ist ja auch schon mal schön. Ja, das Haus, das ist alles, das fällt mir überhaupt nicht. Das ist viel zu groß. Viel zu groß ist das. So Spitzhacke habe ich im Anschlag. Wir können mal nach den Pilzen gucken. Aber ich habe so die Befürchtung, die Roten wollen einfach nicht. Das ist total doof. Ich hätte gerne mindestens noch einen roten Pilz. So einen Sicherheitspilz, wisst ihr? So, wir würden jetzt anfangen, denke ich, eine neue Plattform zu machen. Da habe ich im Grunde auch schon überlegt. Wir gehen hier hin. Das ist natürlich, das ist natürlich enger. Ich glaube, ich mache mal hier die, äh, huch, äh, nicht so schnell, die Luke hierzu mit dem Wasser. So, den Platz brauchen wir jetzt wenigstens, damit wir uns hier ein bisschen mal bewegen können. So, okay. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Da habe ich ein paar Fackeln, ja, aber auch nicht viele, ne? So, du kommst mal hier weg. Und du kommst hier auch mal weg. So, und dann, ne? Würde ich anfangen wollen, ganz vorsichtig. Hier, äh, brauchen wir ein bisschen Weg. Ähm, denk, denk, denk. Ja, ja. Äh, so. Zwei. Äh, es ist noch ein bisschen früh heute. Also, äh, für mich, ne? Äh, für meine Verhältnisse. Wir haben jetzt zehn vor zwei nachmittags. Das ist, äh, gar nicht mal eine Uhrzeit. Also, ich bitte zu verzeihen, wenn das jetzt hier, äh, noch länger dauert als eh schon. So, eins, zwei, drei, vier. Äh, nicht nach hinten. Nach vorne. Dann machen wir hier mal die fünf. Und ich hoffe, das geht so, wie ich mir das denke. Wir brauchen jetzt eine Plattform sieben mal sieben. Ähm, so, hier haben wir drei, vier, ähm, fünf. Jetzt in die andere Richtung. Sechs. Sieben. Hoffe ich. Ähm, sieben mal sieben. Aber ich bräuchte ja wenigstens noch einen Zaun. Dann machen wir mal lieber acht. So, Moment. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Aber dann ist das nicht mehr symmetrisch, ne? Oh, das ist schlecht. Dann machen wir neun. Dann ist das nicht symmetrisch. So. Neun. Dann muss ich auf der anderen Seite gleich noch einen dran bauen. So, dann noch einer hin. Und dann kommt hier noch einer dran. Und hier haben wir eins, zwei, drei. Waaah, vier, oh Gott, äh, fünf, sechs, sieben, acht, und da kommt, 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 neun, ach, neun. Wunderbar. Ist da unten gerade ne Fledermaus lang gedüst? Ne, da ist immer noch dieser komische Block. Aber irgendwas hat sich da eben bewegt. Da, 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 da ist ne Fledermaus oder, oder was soll das sein? Ich nehmt, neun. Ich nehmt mal an. Ich hoffe, es ist eine Fledermaus. Alter. Wo kommst denn du her? Ha, 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 du bist hier aber falsch, mein Freund. Ich find's ja schön, dass du mich besuchst, aber das, äh, tat ja jetzt auch nicht Not. Okay, ich muss da unbedingt einen Zaun machen und ein Tor. Oh Gott. Alter, jetzt hab ich aber mich verjagt. Gänsehautalarm. So. Achso, schon wieder alle. Ach Gottchen. Mhm. So, hier jetzt noch. Oh nein, nicht da oben. Ähm, Manometer aber auch. So, ich hoffe, äh, das passt jetzt. Und ich hoffe, du hast nicht deine Kumpels mitgebracht. Äh, äh, ich brauche, äh, ich brauche hier Dinger, ne, und so. So, lass mal gucken. Hier soll dann im Prinzip Zaun hin. Also, äh, Mauer, ne, bist du. Ja, ich glaube, wir machen erst mal Mauern. Und ich bringe mir hier ein Tor mit. Das ist ja überhaupt kein Zustand hier. Äh, aber vielleicht. Möcht es hin? Ich setze hier mal ein paar Fackeln wenigstens hin, ne? So ein bisschen. Äh, so, da kommt noch eine hin. Da kommt noch eine hin. Und, äh, hier in die Mitte. Ich hoffe, dass es reicht. So, was wollte ich jetzt? Zauntor. Ein Zauntor und Mauern. Nei, ei, ei, ei. Habe ich denn nicht noch Mauern? Äh, doch. 18 Stück. Das ist cool. Das wird aber nicht reichen. Okay. Machen wir uns noch welche. So, na, 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 na. Na, geht ihr da rein? Meine Güte. Oh, das auch noch. Näh, 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 okay. 36, ne? Äh, muss reichen. So, dann brauche ich, ich brauche, da haben wir den, oh, guck mal, wir haben noch ein Zauntor. Das ist ja so, wie, dann nehmen wir das doch gleich mal mit nach oben. Und was brauche ich dann noch? Ich brauche, habe ich noch Erde? Wartet mal, ich nehme mal einmal das mit. Äh, halt, halt, oh, ne, hoch. Dann nehmen wir, wir haben ja, braune Pilze haben wir ja. Der kommt mit. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Steht der da und wartet auf mich. Dachchen. Das ist nicht gut. Ähm, das ist nicht gut. Kannst du, kannst du mal, kannst du mal, kannst du, kannst du, kannst du, kannst du mal zurückgehen? Kannst du mal zurückgehen, mein Freund? Komm, komm. Ich habe ein bisschen Schiss, wenn ich den jetzt hier ummache, dass dann seine Kumpels hier aus dem Tor kommen. Okay. Doof gelaufen für dich. Muss jetzt leider sterben. Tja. Ha, ha, ha. Okay. Äh, so. Lasst mich mal scharf nachdenken. Dann machen wir, mhm, 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 das ist mal hier so, ne? So oder so ähnlich, wie immer. Hier vielleicht dann das Zauntor rein oder lieber da. Ich weiß noch nicht so genau. Ich setze es mal hier rein. Okay. Okay. Dann machen wir das. Jetzt wird das hier mal schön eingezäunt. Na, geh dahin. Reicht das? Das reicht doch wieder nicht, ne? Das ist ja immer auch hier dramatisch. Doch, das reicht. Das reicht. Das reicht. Keine Panik. Und zu. So. Cool. Alles klar. Es ist dunkel. Das ist auch schön. Ich habe Hoffnung, dass das schon funktioniert, was ich vorhabe, weil es dunkel ist. Ähm, mal gucken. Ach, jetzt habe ich keine Erde mitgenommen. Ich bin blöde. Okay. Mal gucken. Wo ist denn hier so die Mitte? Ist das die Mitte? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das ist die Mitte. Cool. Wo ist denn der Pilz? Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Es ist die Frage, warum. Entweder, weil wir noch nicht überdacht haben. Oder, weil das mit dem Holz nicht geht. Boah. Warte mal. Das ist ja hier, äh, ist ja hier kein Zustand. Und das ist zu eng. Das sehe ich ja jetzt erst. Ach. Okay. Dann muss hier noch mal was dran. So. Und das erst mal wieder weg. Das ist, äh, total hässlich hier gerade, aber egal. Ähm, so. Hier muss auch was dran. Jetzt komme ich ja hier mit meiner dicken Püffelhüfte nicht durch. Na, zu. Alles klar. Kommt das wieder weg. Äh, und das Zauntürchen. Dann setzen wir es eben doch eins vor. Nehmen wir aber lieber die Axt. Geht vielleicht, uh, doch ein bisschen schneller. Äh, 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 äh. Wo ist das denn? Da ist es. So, okay. Dann muss ich jetzt mal die Erde holen. Ne, geht da raus. Tür zu. Äh, Erde holen. Jetzt wird es auch schon wieder heller, ne? Das ist doof. Das ist ja voll doof. So, eine Erde. Muss reichen. Dum, 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 dum. So, fackeln wieder weg. Setze ich den Erdblock doch erstmal testweise hier hin. Nja. Und auf den Stein geht er auch nicht. Okay, das heißt, es ist zu hell. Das heißt, wir müssen erst die andere Plattform bauen. Ach ja. Es ist ja, äh, doof gelaufen. Hm. Okay, dann setze ich aber hier erst nochmal Fackeln. Habe ich eigentlich noch Fackeln? Sonst müssen wir unbedingt mal wieder Kohle machen. Hm. So, okay. Dann schauen wir mal kurz. Ich brauche siebenmal, siebenmal acht. Wir müssen acht hoch. Also, eins, zwei, drei, vier. Und da waren die Fackeln alle. Ja. Moment. Machen wir das jetzt mal hier. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben. Das heißt, das heißt, ich bin verwirrt. Das heißt, hier, nee, da muss die, ja. Da müsste dann die nächste Plattform hin. Okay. Baue ich da hier schon mal an. Damit wir da irgendwie drauf kommen. So. Da rum. Dann können wir nämlich hier gleich schön an der Leiter, hoffe ich, hoch. Und das kommt wieder weg. Gut. Das sieht gut aus. Okay, ihr Lieben. Nächste Plattform beim nächsten Mal. Und bis dahin. Eure Trin. Bis zum nächsten Mal.